Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Schuhplus-Teleshop. Schön, dass Sie wieder da sind. Katrin, schön, dass du auch wieder da bist. Und was Schönes du heute wieder in Händen hältst. Ja, für die Männer eine Stiefelette von der Marke Bullboxer. Bullboxer ist eine holländische Marke und die machen absolut tolle Top-Schuhe. Also die sind wirklich mega schick. Man sieht es jetzt ja gerade auch so in der Kamera. Artikelnummer übrigens die 22294, gehen bis Größe 50 zum Preis von 109,16 Euro. Und das Schöne bei diesen Modellen ist ja, dass die Holländer bei dieser Marke wirklich so ein bisschen auch spielerisch beigehen. Da gibt es so Lochmuster dabei, aber nicht einfach nur nach dem Motto Loch und Loch und hält doch, sondern auch wirklich in unterschiedlichen Mustergebungen sozusagen. Das sieht schick aus. Genau, also man kennt ja diese Lochmuster eigentlich von diesen Chelsea-Boots, aber hier ist es mal ganz anders. Das ist schön, kann man das mal genau hier, also auch nicht in denselben Abständen, sondern wirklich damit ganz dezent gespielt, dass man auch da wieder ein Muster hat, ohne dass es ein auffälliges Muster ist. Ja, das ist gut. Ich meine, ich habe es auf jeden Fall verstanden. Das ist eigentlich so ein Indikator, dass meistens die alle anderen das auch dann logischerweise verstehen. Die Schuhe sehen also richtig schick und sehr, sehr elegant aus. Hochwertige Qualität, dafür steht die Marke definitiv. Und gerade jetzt im Erbst sind Stiefeletten natürlich ein absoluter Traum. Wie man das jetzt hier vorne natürlich auch sieht, Katrin, gerade so diese Absetzung der Materialien, dass wir hier natürlich diesen Brauton haben und hier so eine Art Jeansstoff, möchte ich fast meinen. Ist das passend dazu, die Schnürsenkel dazu, das sieht ja wirklich echt schick aus, ne? Also Braun und Blau ist ja sowieso immer eine Top-Kombi. Das kann man immer... Ich wollte es übrigens... Absichtlich, ne? Absichtlich, definitiv. Okay, wusste ich schon. Wusste ich schon. Eine ganz tolle Kombi. Und eben hier zu diesem Lochmuster dann auch dieser Jeansstoff ist total toll. Also ich finde... An anderen beiden Seiten übrigens, ne? An anderen beiden Seiten, definitiv. Und das Schöne ist, vielleicht kannst du nochmal den Schuh nochmal eben einmal ganz kurz auch in die Kamera dann nochmal zeigen. Denn auf der Seite, die man jetzt sozusagen im Bild auch sieht, ne? Noch ein bisschen drehen, drehen, drehen. Da, der Reißverschluss. Das ist natürlich auch das Schöne, denn es erleichtert sehr hervorragend, nämlich den Einstieg. Also gerade wäre auch bei einer etwas, ja, wäre den leichteren Einstieg sozusagen... Jetzt gehst du aber fast auch mit dem Schuh aus dem Bild raus, Menschenkind, du. Da haben wir wieder Spiegelverkehrte. Da haben wir wieder Spiegelverkehrte. So, und da hat man natürlich einen besonders schönen, leichten Einstieg, ne? Vielleicht kannst du das mal so ein bisschen auseinanderziehen. Da sieht man das dann besonders, dass man auch wirklich richtig Platz dann auch hat, um in den Schuh dann auch hineinzuschlüpfen. Also das hat natürlich einen sehr komfortablen Stil. Und das Schöne ist auch, wenn ich den jetzt auch gerade selber hier so in der Hand habe, ist auch die Kombination aus Glattleder auf der einen Seite, aber auch hier vorne so ein Rauswildleder gleichzeitig dabei, ne? Ja, genau. Also sehr, sehr schick auf jeden Fall. Sehr, sehr schick. Und das Schöne ist, Bullboxer, die stehen natürlich unglaublich auch für Komfort. Und das ist natürlich auch immer wichtig bei einem Qualitätsschuh, dass man ihn anzieht, dass man sagt, fühlt sich gut an und das Ganze auch noch nach vielen Stunden halt sein kann. Genau, also die Innensohle, die ist auch super weich, kann ich jetzt leider nicht rausnehmen, aber hier innen drin ist eine Ledersohle, eine Lederinnensohle und die ist ganz toll gepolstert, ganz, ganz weich, hat einen richtig schönen Federeffekt. Also das, meine Herren, ist der perfekte Herbstschuh. Kann man lange drin laufen, kann man zu Jeans anziehen, kann man ins Büro anziehen, zu einer Anzughose, zu einer Chino-Hose, also wirklich ganz toll. Mega schickes und schönes Modell. Und da kann man auch wirklich nur sagen, da kann man sich nur auf den Herbst und auf Winter freuen, damit man solche dollen Modelle wirklich, obwohl das auch selbst im Sommer zu einer kurzen Hose funktioniert das, ne? Also wirklich tolle Modelle und gerade die Farbgebung hier ist wirklich ein Traum. Lohnt sich auf jeden Fall, sich mal unsere Kollektion von Bullboxer anzuschauen auf der Seite bei Schuhplus oder natürlich auch auf der Seite von Schuhplus und Webshop ein Traum oder natürlich auch bei uns in unseren Filialen, da haben wir natürlich auch die Kollektion von Bullboxer entsprechend stehen. Katrin, vielen Dank, superschönes Modell und ich freue mich schon auf die nächste Sendung, auf das nächste Modell. Bin gespannt, was du dann mitbringst. Will ich noch nicht verraten? Nee. Na, dann schauen wir da mal. Wir sagen danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.